Äh, oh, hallo, wer ich bin? Na, dieser Typ hier, also, äh, ich mein, dieser oder vielleicht auch dieser hier. Ich bin mir manchmal selbst nicht so ganz sicher, welcher ich von den beiden bin, oder von den dreien, oder wer auch immer. Aber hier bin ich mir sicher. Ohne mich gäbe es das hier, das hier, oder das hier auf gar keinen Fall. Wie ich darauf komme? Naja, meistens arbeite ich hier. Und wenn ich hier nicht arbeiten würde, naja, wo würden dann die ganzen Bilder herkommen, die ihr jetzt alle seht? Zumindest, wenn ihr D-Mod spielt, frage ich mich halt dann. Ich bin mir auch bewusst, dass ohne mein Team, dem ich sehr dankbar bin, absolut überhaupt nichts geht. Es gibt viele Tage, an denen sieht dann eher die Arbeit so aus, oder so, aber meistens geht es ganz gut bei uns. Ebenso gibt es bei uns niemanden, der bei den Ansichten der ganzen Downloadzahlen nicht ab und zu mal Freudesprünge macht. Vor lauter Freude darüber, dass ihr so viel von uns haltet, dass ihr uns mit so vielen, vielen, vielen Downloads dankt. Und klar bin ich mir auch bewusst, dass nur ein ganz geringer, kleiner, winzig, winzig kleiner Teil unserer Community meine Sprache spricht. Aber das hält mich auf gar keinen Fall davon ab, euch so viel wie möglich über das, was wir tun, zu erzählen oder es euch zu zeigen. Denn Bilder sprechen mehr als Worte und erreichen auch Menschen, die nicht meine Sprache können. Daher gibt es bei mir öfters mal ein paar Videos zu dem, was wir so anstellen. Also bitte tut mir und meinem Team den Gefallen und kommentiert fleißig unter meinen Videos, damit wir wissen, was wir machen können und was nicht oder was ihr gerne sehen wollt. Und zu guter Letzt noch, damit ihr, weil ihr so gut durchgehalten habt und euch den ganzen Quatsch erzählen habt lassen, hier noch ein kleines Geschenk von mir. Ein bisschen Neodym, denn Diamanten wären ja langweilig.